Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girl Attainment und in diesem Video zeige ich dir, wie du zu einer ganz normalen alten Schabracke, ich habe hier wie in jedem meiner Do-It-Yourself-Videos eine steinalte Schabracke, noch ganz viele Haare, da fliegen auch noch ganz viele Haare herum, Haare von der Eskada, wie du zu einer ganz normalen alten Schabracke eine Wanderreitschabracke selber machen kannst, ja, den Preis für die schönste Schabracke wird diese Schabracke, glaube ich, niemals bekommen, schön finde ich das jetzt nicht unbedingt, aber ich habe das komplett selbst gemacht und ich habe keine Anleitung im Internet gefunden und habe es einfach selbst probiert und das ist dabei rausgekommen und das ist ziemlich cool, kriegst du auch hin und ich zeige dir jetzt, wie es geht, los geht's! Und dafür brauchst du eine Schabracke und eine Katze, keine Katze, nur die Schabracke, ich habe da eine alte Schabracke und du brauchst hier Stoff, ich habe hier so Stoffreste gefunden, ich habe mich noch ein bisschen geärgert, weil ich nichts in der passenden Farbe gefunden habe, aber gut, dann habe ich jetzt diese Orangetöne, das Gelb wird man nachher nicht sehen, weil es ist nämlich auf der Rückseite dieser kleinen Tasche, die ich dann annähe. Dann, klarerweise, brauchst du eine Schere und wir brauchen dann auch einen Verschluss, dieses schwarze Teil hier, ich habe da einfach so ein Schlüsselband genommen, was ich mal geschenkt bekommen habe und diesen schwarzen Verschluss rausgeschnitten, den kannst du aber im Bastelladen auch kaufen und ich verlinke dir am besten einen Link, wo du das auch bekommst, unten in der Infobox. Dann brauchst du was zu nähen, du brauchst ein bisschen mehr als das zu nähen, bin ich nachher drauf gekommen und du brauchst eine Plastiktüte, ein Plastiksackerl und ich zeige dir auch gleich, warum du das brauchst. Und dann legst du das mal hier an und schaust mal, wie groß du das haben möchtest und ich möchte die Ecke auch so abgerundet haben, deswegen lege ich mir das genau an die Stelle hin, wo ich das gerne hätte und male dann mit so einem Stift an dieser Seite halt diese Ecke mal runter, damit ich das dann nachher dann auch ausschneiden kann und weiß dann, okay, das passt dann einfach richtig schön dann auf die Schabracke drauf. Du brauchst dieses Plastiksackerl, die Plastiktüte brauchst du, damit, falls dein Pferd im Sommer mal schwitzt, damit die Schabracke dann nicht komplett nass ist und alle Dinge, die in dieser Tasche drinnen sind, auch nass sind. Dann legst du die Teile übereinander und das Wichtige ist, wir nähen das umgedreht, also wir drehen das ganze Teil dann nachher nochmal um und du nähst es an drei Seiten. Eine Seite musst du natürlich offen lassen, weil da muss man auch irgendwie was reingeben können. Du kannst natürlich auch eine Nähmaschine dafür verwenden, ich habe keine und ich habe das einfach jetzt irgendwie mit der Hand gemacht und ja, also es schaut natürlich nicht so schön aus, aber komplett egal. So, an drei Seiten habe ich das jetzt angenäht und natürlich auch das Plastik dran gemacht. Das Plastik muss unbedingt an der Seite sein, die halt dann näher zu Schabracke halt eben ist, also an der inneren Seite. Hab das ganze Teil dann umgedreht und ja, so schaut zumindest jetzt mal die Tasche aus. Wir brauchen halt jetzt noch irgendwie einen Deckel, unter Anführungszeichen. Da habe ich diesen anderen Stoff jetzt gewählt und jetzt versuche ich das irgendwie so dran zu legen, wie das halt am besten passt. Ich habe da jetzt keinen Schnittmuster oder sonst irgendwas, ich habe da einfach nur rumprobiert, wie du siehst und auch das mit dem Verschluss hat irgendwie gecheckt. Ja, also da habe ich dann so ein Dreieck geformt und habe das mal angelegt und habe geschaut, okay, wie könnte das am besten passen. Also da musst du dich auch ein bisschen spielen, wenn du das nachmachen möchtest. Und den Verschluss noch irgendwo dazu. Ja, also wie du siehst, das ist einfach nur so eine Rumtuerei. Dann diese Ecken, die da so ein bisschen drüber stehen, habe ich dann umgebogen, habe ich nachher noch festgesteckt und noch angenäht. Und ja, dieses Dreieck muss ja auch irgendwie festhalten. Deswegen habe ich dann noch einen Superkleber verwendet. Du kannst auch eine Heißklebepistole nehmen oder so einen Textilkleber. Das habe ich vergessen am Anfang dazu zu sagen, das brauchst du auf jeden Fall auch. Du kannst es auch annähen, aber ich wusste ja nicht, ob man dann nicht dann auch diese Naht dann irgendwie sieht. Und nachdem ich sehr unordentlich nähe, habe ich das einfach angeklebt. Und es hält aber auch wirklich gut. Also das funktioniert auch echt gut. Superkleber, ich liebe dich. So, dann legst du das Ganze an. Ich habe die Ecken da schon umgenäht. Und ja, jetzt schauen mal, es schaut schon ein bisschen mehr nach Tasche aus. Das ist die Rückseite zur Entwarnung. Es schaut wirklich total, also ich meine, das Ganze schaut nicht besonders schön aus, aber die Rückseite ist halt dann noch mehr unschöner. Und ja, jetzt kommt da diese Ecke hin. Und jetzt kommt der Verschluss. Und den habe ich da jetzt so drangenäht. Also dieses Schlüsselband, dieses Leniad oder wie man dazu sagt. Und die obere Seite und das untere Teil habe ich dann auch noch drangenäht, wie du siehst. Dann überstehenden Stücke habe ich dann einfach abgeschnitten. Und ja, das Teil habe ich auch noch weggemacht, weil das klackert leider. Sonst hätte ich es nämlich eh auch drangelassen. Und ja, so schaut das jetzt das Ganze aus. Und jetzt einfach nur anlegen an die Stelle, wo du es gerne haben möchtest, eben mit dieser Ecke. Dann brauchst du wieder mal Nähzeugs. Ich nehme dir immer so ein Nähzeugs, was ich nicht irgendwo in Hotels immer gratis bekomme. Und dann nähst du die Tasche an. Du kannst es entweder komplett durch die Schabracke durchnähen oder nur an der oberen Schicht. Das funktioniert auch. Ich habe irgendwie beides ausprobiert, aber zeig dir jetzt irgendwie nur das, weil das geht, finde ich, leichter, wenn du es einfach gleich durch die ganze Schabracke machst. Aber es geht auch nur an der oberen ersten Schabracke-Schicht oder wie man dazu sagt. Also es funktioniert eigentlich echt ganz gut und hält auch gut. Und so schaut uns jetzt fertig am Pferd aus, an der Rubinesca. Mit Sattel und Lammfell und ja, die unfassbar schöne Tasche. Es funktioniert auch, dass du es mit einer Hand auf und zu machen kannst. Das finde ich sehr praktisch. Und ich habe da jetzt einfach mal testweise mein Handy reingegeben. Ich empfehle dir nicht, das Handy reinzugeben, weil wenn du mal runterfliegst beim Ausreiten, Pferd weg und Handy weg. Also meh, weiß ich nicht. Aber halt, wenn du was Kleines reingeben möchtest, Capri-Sonne oder irgendwas zum Trinken oder sowas im Sommer, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht. Ja, schaut nicht besonders schön aus, aber ich wollte es unbedingt mal testen und ausprobieren, ob das wirklich geht. Na, was sagst du zu dieser Schabracke? Auf einer Skala von 1 bis 10? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Falls du das nachmachst, gerne auch mit einem anderen Stoff, auch gerne in anderen Farben, dann post es unbedingt und verlinke mich hier mit diesem Hashtag Anitagirletainment auf Instagram, Facebook, Snapchat oder wo auch immer. Ich zeige dir da jetzt meine ganzen Social Media Links. Abonnieren nicht vergessen, ich verlinke dir da noch ein altes Video und hier oben unbedingt hinklicken, weil da kommt dann direkt der Link. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast und bis bald. Tschüssi!